Jetzt renn, renn, lass die, nein, geh, renn, lass mich in Ruhe, geschafft, so, äh, genau, ich fliege voll in das Land, äh, Schloss rein und lo, 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 alleine, oh mein Gott, ich hab vergessen, dass er Stacheln schießt, das wird, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen soll, vor allem ist der, oh, so schnell, äh, komm, ich sag mal hier, danke, spring, Gut, so, äh, wie mach ich das jetzt, so, okay, so muss ich das schaffen können, ich muss ihn immerhin nur noch zweimal treffen, noch einmal, und ich hab mich bisher noch nicht von ihm treffen lassen, das ist gut, das ist sehr gut, natürlich will ich wenigstens keine Leben, nein, okay, gegen die Wand sollte man trotzdem nicht schießen, und da, und, das ist doch ganz unten, okay, Ah, zu früh, ah, aha, okay, ich muss mich ein wenig konzentrieren, mh, jawoll, so, weiter geht's, ich hab ein Leben hier verloren, hm, okay, ich guck mal hier oben, die war ich vorher auch nicht, vielleicht gibt's hier noch ein neues Leben, das kann ich immer gut gebrauchen, äh, oh nein, Curry, okay, Curry kann ich auch gut gebrauchen, und, und eine Flasche, cool, Energy Drink, Energy Drink stellt zwei Lebenspunkte wieder her, aber, das Curry ist mir jetzt lieber, äh, geh durch die Tür, Kirby, nicht aufpusten, und schieß, dann kann ich mich auch die, ah, verdammten, Totenschädel besiegen, krieg ich jetzt nichts dafür, dass ich alle besiegt hab, ah, toll, wie langweilig, dann, geh ich halt einfach mal hier weiter, ich weiß auch nicht, genau, ob, okay, ich wollte grad sagen, ich weiß nicht genau, wann das Curry aufhört zu wirken, aber, es scheint auch für uns zu wirken, wenn man in einen anderen Bereich geht, oder wenn man, äh, ins Wasser springt, aber, naja, egal, so, hier bin ich mir auch nicht mehr sicher, welcher Weg zu welcher Tür führt, und, die Dinger sind Instant Death, das heißt, es ist besonders schön, dass die jetzt so ein Schöttel tolles Bewegungsmuster haben, wo wir doch direkt mal alle Türen ausprobieren, die das haben, und ich trau der Maske nicht, es war gut, ihr nichts vertrauen, so, ähm, ähm, äh, äh, ich treffen lassen, nein, na toll, hier ist nichts, okay, ich hab Angst, ah, okay, ja, nein, nein, du sollst nicht da rein, Kirby, okay, ich tue die andere Tasse zum Fliegen, so, und jetzt, au, auch, doch nicht Instant Death, okay, irgendwie hatte ich die als, äh, Soforttodentheuerung, vielleicht gibt's da auch verschiedene Varianten von, aber, naja, wie auch immer, Ah, und, Endpost Time, und die sind viel schneller als vorher, äh, ich hab Angst, ich will nicht, äh, Ach, 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 das schaff' ich doch niemals, nein, ich bin schon wieder tot, Ah, jetzt sieht man auch, das, äh, Extra-Game ist wesentlich schwerer, also, das einfache Spiel, das war ja wirklich so, einfach durchlaufen, äh, ohne größere Schwierigkeiten, aber das hier ist echt, wach, der Hammer, Okay, ich glaube, so kann ich sie besiegen, indem ich immer dahinter hochspringe und dann einfach von hinten drauf schieße. Von vorne sollte ich die Kisten nicht aufsaugen, dann treffen die mich. Okay, das war... Na? Okay, ich weiß nicht, ob ich die jetzt getroffen habe, aber... Hey, cool, noch aufgesagt. Ja, ich habe sie anscheinend doch getroffen. La, 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 ist weg. Nur noch lo, 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 läuft hier rum und schiebt seine Kisten mit unglaublicher Geschwindigkeit vor sich her. Okay, aber das sieht wesentlich besser aus als bei Whiskey Woods. Ich habe nur einen Lebenspunkt verloren. Ich weiß auch nicht genau, ob ich den jetzt... Ja doch, ich habe den hier verloren. Weil ich bin ja auch einmal gestorben, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin so auf den Kamm fixiert. Und er kommt einfach nicht da... Ah, jetzt, da wo ich bin. Aber ich war zu langsam, das war toll. Weil wenn er irgendwie... Ah, nicht, soll ich mir das ein Kirby? Wenn er nicht irgendwo... Na toll, jetzt habe ich die Kiste nicht mehr. Wenn er irgendwo kommt, wo ich irgendwie zwei oder mehr Ebenen entfernt bin, dann bin ich nicht schnell genug, um in den Zügen zu kommen. Dann ist er schon längst wieder in der Tür drin, bevor ich ihn treffen kann. Das bringt auch nicht viel. So, ich will die Kiste haben. Gib mir die Kiste. Jawohl, so. Ah, dankeschön. Dann kommst du direkt wieder auf der gleichen Ebene zurück. Das ist aber sehr erfreundlich von dir. Und den Powerstern. Wir haben schon zwei. Wuhu. Es kann nur noch besser werden. Sieg es uns. Ja. Und die Float Islands. Was kommt... Ach ja, hier kommt der Zeppelin, oder? Ah, na toll. Das wird spaßig. Den hasse ich auf dieser Schwierigkeitsstufe. Der ist einfach furchtbar. Und die kleinen... War das vorher schon? Oh Gott. Ich sollte nicht auf die Krabben achten, die schießen, sondern auf die anderen Sachen. Die Krabbe ist jetzt noch das weniger gefährliche. Du springst bestimmt, du Fisch. Oder? Springt der nicht? Okay, es ist ein nutzerloser Gegner. Ja. Oh. Eine springende... Oh, dafür springen die Kanonen. Toll. So, ein schönes Spiel. Alles will uns töten. Und Pubby ist sehr böse. Ich will nur... Ah. Das Essen für alle Dreamlehrer-Bewohner retten, aber... Und eine Kanone hat uns getötet. Mal sehen, wie viele verschiedene Arten wir noch sterben können. Es ist so toll. So. Krakensaugen. Geschickt ausweichen. Diesmal... Na gut, ich hab mich doch treffen lassen. Okay. Okay, okay. So. Und benutzen wir geschickt. Ich hab schon wieder drei Lebenspunkte verloren, obwohl das hier immer noch der erste Bildschirm ist. Das ist... Wow. Das ist schlecht. Das ist echt. Echt. Was war denn da? Ich hab überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas war, was mich treffen konnte. Mann. So. Das... Yeah. Oh. Okay. Kein Leben mehr. Ich glaube... Na ja, ich bring mich einfach um, weil ich bin jetzt sowieso noch am Anfang der Stage. Und wenn ich jetzt es bis zum Boss geschafft hätte, dann hätte ich da auch kein Leben mehr gehabt. Und ich wäre dann beim Boss garantiert verreckt und hätte wieder ganz am Anfang anfangen müssen. Das ist so die, äh, bessere Methode. Ja. Los. Los. Lauf, Gabi. Mach Papa stolz. So. Gabi. Ah. Du explodierst du, wenn ich bombe. Du hilfst mir jetzt, gefälligster. Ein Waddle Dee, das schießen kann. Und Kanone. Okay, das trifft mich nicht. Ich muss jetzt gleich merken. Die Krabben. Ey. Ich hab schon wieder nur noch einen Lebenspunkt. Es ist... Es wird zum Kotzen. So. Ja. Geh zurück. Weil die trifft mich jedes Mal. So. Du triffst mich nicht. Du auch nicht. Da kam wieder eine Kanone hoch, ne? Ah. Das war knapp. Was? Was? Oh nein. Komm schon. Das hat mich getroffen, während... Bevor... Während ich das Mikrofon benutzt habe. Ah. Okay. Drei Leben noch. Ja. Komm schon. Ich wurde doch nur zusammen getroffen. Sie haben jetzt schon wieder drei Striche weniger. Ah. Das wird wesentlich länger dauern, als der erste Run. Wir sind jetzt schon bei, ja, 18,5 Minuten. 30 Minuten habe ich beim ersten Mal gebraucht. Wahrscheinlich häng ich bei 30 Minuten immer noch in diesem Mittel hier rum. So. Fliege, Kami. Nein. Ich... Ich hätte auf jeden Fall getroffen. Das ist... So. Dich treff ich. Mikrofon. So. Hey. So weit war ich noch nie. Ich muss nicht... Ich lasse mich nur ganz vorsichtig voran. So. Kann ich das... Ah. Das kann ich noch einsaugen. Okay. Das macht es natürlich einfacher. Ich will nicht getroffen werden. Ja. Ich bin weiter. Wenn ich jetzt sterbe... Fakt mich hier wieder an. Geinsgeist. Uhuh. Bis zum nächsten Mal.